5'378 km Australien mit Singapur Airlines, täglich, im Airbus A380 ab Zürich. Alice Springs. Meine Reise von hier bis 46 Grad in den Schatten. Zum Glück habe ich die Lederjacke dabei. Läge mich, was das heisst. Können wir mit ihm fahren und ein wenig filmen? Okay. Du lass dich selber rein. Der andere. Okay. Ich bin zum ersten Mal in Australien. Ich habe gewusst, es wird heiss, aber gerade so heiss, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und das bekannte Alice Springs ist viel kleiner, als ich gezeichnet habe. Meine Reise startet im Zentrum Australien. Das heisst, mitten im Herzen des Roten Kontinents. Oh, luck! Das heisst, das heisst. Das heisst, das heisst. Noch nie bin ich so weit weg von zu Hause. Und ein Reisenprofi bin ich auch nicht. Im Gegenteil, ich habe keinen Bedarf. Denn wenn es nach mir geht, ist die Schweiz das glücklichste Land auf der Welt. Oh nein, ich kann nicht. Ich kann nicht so greifen. Internationale Studien sagen aber, dass die Bürger von Australien die Glücklichsten verwählt sind. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Und darum will ich diese Menschen kennenlernen, die behaupten, Eis geht am besten und wir sind die Glücklichsten auf der ganzen Welt. Mein Forschungsgebiet ist riesig. Das zeigen die Dimensionen meiner Reise. 12 378 km in 70 Tagen. Zusammen mit meinem Kamerateam reise ich fast um den ganzen Kontinent. Von der Wieste ans Meer, vom Zeltplatz in die Grossstadt, über Autobahnen und Naturstrassen, auf Umwegen und Abwegen. Seure Blase. Scheiben wüsstest du schon? Ich weiss, aber ich kann dich nicht. Ich muss nicht in mir abstehen. Ich muss mich voll konzentrieren, sie links bleiben, ihr auch. Alles ist verkehrt. Die Zahl der Linker ist rechts. Als ich meiner Familie und Freunden von meiner Reise erzählte, haben die meisten ähnlich reagiert. Australien? Das ist doch hier, was nur gerade so wimmelt vor giftigen Tieren. So ist das erste Thema der Sendung geboren. Gifttiere als Antithese vom Glück. Auf dem Internet habe ich den Rex Neindorf gefunden, den Schlangenfänger von Alice Springs. Sein Reptiliencenter kennt man im ganzen Land. Los geht's an. Los geht's an. Und, schon Schlangen gefangen heute Morgen? Nein, nein, ich habe die Kinder in die Krippe gebracht. Tschau, okay. Bevor wir Rex etwas über Giftschlangen erzählen kann, müssen wir los. Ein Notruf. Wenn Rex unterwegs ist, wird er von der Stadt gezahlt. Der Reptilien-Spezialist schätzt auf die 25'000 Einwohner in Alice Springs leben rund 6'000 Giftschlangen in der Stadt. Ah. Mal schauen, was es ist. Mit einer Plastikbox haben die Handwerker die Schlangen gefangen. Wo muss ich stehen? Ist egal wo. Ich muss zuerst schauen, was es ist. Das ist gar keine Schlange, sondern eine Blindschleiche. Wir nennen sie beinlose Eidechsen. Die sind sehr verbreitet hier in Alice Springs. Dass es eine Eidechse ist, erkennt man an den Ohren. Das unterscheidet Eidechsen von Schlangen. Hat denn jeder so eine Fangvorrichtung zu Hause? Nein, das gehört irgendwie zur Ausrüstung der Bauarbeiter, die sie gefangen haben. Ah, yes. Die Blindschleiche lasse ich ausserhalb der Stadt wieder frei. Ja? Good. Jetzt zeigt mir Rex's Schiss-Reptilien-Center. Da haben wir also nur eine kleine gefangen. Ja, das kommt vor. Mal hast du was Kleines, mal eine grosse Schlange. Aber unsere Western Brown Snake zum Beispiel wird nur etwa so gross. Wenn du eine fangen musst, die etwa so ist, die kann ich umbringen. Wirklich? Eine kleine Schlange in Alice Springs kann tödlich sein. Du musst wirklich sehr vorsichtig sein. Die vorhin war harmlos. Ich kann dir zwei zeigen, die ich gestern gefangen habe. Die zwei hier habe ich in der Stadt gefangen. Das sind zwei Western Brown Snakes. So, these are both Western Brown Snakes. Bitte, mach meine Trisch. Ein einfaches Erkennungsmerkmal sind die Flecken am Bauch. Siehst du die Punkte? Wenn du Flecken am Bauch siehst, ist es eine Western Brown Snake. Du siehst, sie ist nervös. Das ist, weil ich sie frisch gefangen habe. Sie versucht immer, sich zu verstecken. Also, dann tun wir sie doch zurück. Sie will grundsätzlich immer vor uns flüchten. Aber wenn jemand in Panik gerät und versucht, so eine Schlange mit einer Schaufel oder so zu töten, dann kann sie extrem schnell angreifen. Und ihr Gift ist brutal stark. Ein Biss von so einer Schlange kann deinen Körper in kürzester Zeit schwer schädigen. Du kannst in weniger als einer halben Stunde das Bewusstsein verlieren. Diese Schlange kann wirklich gefährlich sein. Und das kann wirklich gefährlich sein. Danke sehr. Ich will einfach und lock ihn weg. Ich bin ganz klar. Oh. 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 Woher kommt denn eigentlich deine Begeisterung für Reptilien? Ich wuchs auf dem Land auf, im Süden von Australien. Meine Mutter hatte eine Tierhaarallergie. Hund oder Katze kam für mich also nie in Frage. Darum brachte ich irgendwann Eidechsen nach Hause. Hast du Familie? Ja, ich habe eine Partnerin, und zwei Kinder. Eins und drei Jahre alt. Wie gehen Sie damit um, dass du so einen gefährlichen Job hast? Hannah, meine ältere Tochter, realisiert bereits, was ich mache. Sie sieht zu Hause immer die Säcke mit den Schlangen und weiss, dass sie nicht in die Nähe darf. Zum Abschied sagt mir der Rex, ich brauche vor Gifttieren, keine Angst zu haben. Eine gesunde Portion Respekt reicht. Denn wir mit Angst reisen, finden das Glück mit Sicherheit nicht. Am nächsten Morgen fahre ich in unserer Stadt. Unterwegs bekomme ich den ersten Eindruck der Grässe des Kontinents. Die unglaublich Weite, das Gefühl von Grenzenlosigkeit. Ist das der Schlüssel zum Glück? Heute lerne ich jemanden kennen, der behauptet, er habe den besten Job auf der Welt. Heissen tut er Dale Campbell und arbeitet im Outback in der Wildnis Mitte von Australien. Heissen tut er. Heissen tut er. Heissen tut er. Abgemacht habe ich mit ihm in der Ranger Station im Nationalpark der West-McDonnell-Ranges. Hallo. Guten Morgen. Ich suche Dale Campbell. Du bist Dale? Freut mich. Ich bin Sven vom Schweizer Fernsehen. Schön, dich zu treffen. How are you? Good? Geht's gut? Ja, klar. Du zeigst mir also heute dein Revier? Verstehen, tue ich Dale fast nicht. Er spricht leislig und wirkt unsicher. Trotzdem spüre ich ihnen stolz, dass er mir Scheine-Outback zeigen darf. Der Dale ist ein Aboriginal, ein Ur-Inwohner von Australien, und ich darf ihn heute an einem normalen Arbeitstag begleiten. Das Outback ist nicht nur der Arbeitsort von Dale. Er ist Mitbesitzer dieses Land, das Land, das schon seit Hunderten dieses Jahrs seit seinem Stamm der sogenannten Arrante kapiert, Als Ranger, auf seinem eigenen Land zu arbeiten, ist eine besondere Ehre und macht ihn stolz und glücklich. Das ist also das Land einer Familie? Ja, das ist mein Land. Meine Familie, meine Onkel und Tanten und meine Grosseltern leben hier. Die Häuser da drüben gehören meinen Tanten. Als kleiner Junge wuchs ich hier draussen auf. Aus dieser Erfahrung heraus kam auch mein Wunsch, Ranger zu werden. Diese Hügel rauf und runter zu krabbeln, das hat mich geprägt. Als ich älter wurde, habe ich erkannt, wie wichtig dieses Land für uns Aborigines ist. Aber heutzutage leben die Aborigines doch meist in den Städten. Und du willst raus aus der Stadt? Ja, nach den ersten Jahren hier draussen verbrachte ich fast mein ganzes Leben in der Stadt. Jetzt will ich wieder hier rausziehen, in die Landschaft meiner Kindheit. Das ist meine Lebensaufgabe, dieser Landschaft Sorge zu tragen. Dafür sind wir Ranger ja da. Nachdem ich meine Mutter verloren hatte. Du hast deine Mutter verloren? Ja, vor sechs oder sieben Jahren. Sie starb an Krebs. Mir wurde klar, dass ich mein Leben jetzt in die Hand nehmen muss und einen guten Beruf brauche, um für meine Familie sorgen zu können. Und jetzt habe ich wohl einen der besten Berufe, die es gibt. Und jetzt habe ich wohl noch einen der besten Joben aus der Stadt, ich denke. Dale ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Moment lebt er noch mit seiner Familie in Alice Springs. Sein Wunsch wäre aber, dass seine Kinder, gleich wie er, hier in der Natur aufwachsen. Das ist also das echte Outback. Ja, das ist der Busch. Die Ausbildung zum Ranger ist anspruchsvoll. Der Beruf geniesst in Australien ein hohes Ansehen. Der Dale ist einer von den ganz wenigen Aborigines, die es geschafft hat. Welche Fliegen meinst du? Die hier. Die Grosse? Ja. Die Stechen? Ja, die hier versucht es gerade. Das sind Stechfliegen. Die tauchen meist nach einem grösseren Regen auf. Wenn sie dich stechen, juckt es höllisch. Wirklich übel. Mit dem musst du hier in dieser Hitze leben. Das ist one thing you gotta put up within this heat. Ist das Trinkwasser? Ja, das ist das Trinkwasser für die Wanderer. Kannst du mir helfen mit dem Schlauch? Wir schieben ihn hier unter das Netz. Ja, das ist nicht ein Misch. Wollen wir es jetzt nehmen? Ja. Im Sommer steigt das Thermometer nicht selten auf bis zu 50 Grad. Die natürlichen Wasserquellen sind austrocknet. Solche Wassertanks haben schon vielen Wanderern das Leben gerettet. Das ist ein Rüben auf dem Äst. Seisst du sie? With a little red nose on him. Der Dale hat einen Eidex entdeckt. Während der Kameramann ein paar Bilder macht, nuschelt mir der Dale zu. Er fühlt sich gar nicht wohl. Ist du okay? Geht schon. Da haben mich wohl zu viele Fliegen gestochen. Bist du sicher, dass es die Fliegen sind? Ja, ich glaube schon. Tut es weh? Ja, an einigen Stellen schmerzt es. Und im Gesicht? Ich spüre, dass mein Gesicht langsam anschwillt. Und ich mehr schwitze als sonst. Okay, I'll take this one here. But I might, yeah. Zum Glück finde ich meine Reisapotheke ein Antiallergikum. So schlecht habe ich mich in den 20 Jahren hier draussen noch nie gefühlt. Wenn du willst, kann ich dich zur Ranger Station zurückfahren. Ist schon okay. Ich kann selbst fahren. Bist du sicher? Ah, es ist nur dieser Juck her jetzt, der so unangenehm ist. Aber ich kann sicher alleine zurückfahren. I'll be right once I get on the road. Die Dreharbeiten mit Dale müssen wir abbrachen. Und er besteht darauf, allein sich zurück in die Ranger Station zu fahren. Wenigstens hat er ein Funkgerät dabei. Wie kommt ihr mit ihm? So. Dale? Vielen Dank für den tollen Ausflug. Sei vorsichtig, auf dem Heimweg. Ja, klar. See you. War wirklich schön mit dir. Und pass auf dich auf. Gute Fahrt. Okay, see you. Thanks a lot. And good drive. Yeah. Bye. Bye bye. Bye bye. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mich allein auf die erste Nacht im Outback vorzubereiten. Eigentlich ging ich davon aus, dass in der Wildnis die Giftschlangen meine gräkischste Sorge sein werden. Bah! Oh, ich muss es zu machen, sonst kommen die Flecken rein. Das ist etwas vom Miesamsten hier in Australien. Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal. Die sind so aggressiv. Die beissen dem. All zu verstochen, das ist grauhaft. Und es hat Millionen und Abermillionen. Ich habe das Gefühl, es ist unglaublich. Es ist wie ein Nest. Schau da, schau da. Bah! Bah! Himmel, mal! Die Stechpfleigen machen mich fast stiegelsinnig. Und es ist immer noch unerträglich heiss. Das kenne ich von der Walliser Barga nicht. Später haben wir beim Deil versichert, dass er gut zu Hause ist. Lachend sagt er mir am Telefon, in Australien müsse man sich das Glück halt erkämpfen. Er sei das beste Beispiel dafür. Ich bekomme hier einen ersten Eindruck, was die Faszination Australien ausmacht. Die Weite und das Gefühl von Grenzenlosigkeit. Aber nicht nur auf communic slashen. Ich muss mich jefris nochen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein wenig. Und dann werden wir uns bewältet und nach Einladen單en lieben. Ich bin ein bisschen. Ich glaube, es bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Die Faszination culpa espera einen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Und dann bin ich. Und da bin ich. In der Faszination sagte, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Oh! In der Nacht haben sie sich die Stechpfleger zurückgezogen. Aber die Bereitung ist geblieben. Schlafen habe ich nicht viel. Das ist mein erstes Grossreisetag, und noch vor Mittag habe ich schon 340 km auf dem Zähler. So, da geht es zum Eiers-Rock. Am bekannten Heiligenberg fahre ich zügig vorbei. Was mich interessiert, sind Abwägen, abseits der australischen Glischees. Auf meinem Weg stosse ich aber zwangsläufig schon wieder auf ein Glischee. Diese Distanzen sind immens. Wir sind hier unmittelbar neben Stewards Highway, Australien ist so riesig, dass nicht einmal alle Uren gleich tickten. Australien hat drei Zeitzonen. Wir sind hier unmittelbar neben Stewards Highway, und hier verläuft die Zeitzone durch. So, das heisst, ich stehe auf Viertel ab 7. Und der Kameramann, Sergio, hat Viertel ab 6. Komm schnell. So. Jetzt hätte ich es schnell um eine Stunde jünger gemacht. Oh shit, jetzt habe ich schon eine hier drin. Pff, pff, scheisspfeigen! Schießpflege! Ich bin unterwegs auf dem legendären Utenedetetrack. Eine alte Handelsroute, die durch endloses Buschland führt. Gegenverkehr, Fehlanzeige. Ich habe heute noch keiner gesehen. Sind das Adler? Als erstes Känguru hast du gesehen. Leider tot. Komm, du gehörst. Komm, du gehörst. Das ist der erste Känguru, den ich in Australien sehe. Leider ist tot. Vorher flogen drei oder vier Adler weg, die am Fressen sind. Das ist der erste Kängur. Schau, da oben ist einer. Siehst du den Kreisen? Die Autovermietung hat mich vor vielen Kängurern gewarnt. Immer wieder kommt es zu gefährlichen Ausweichmanövren und tragischen Unfällen. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Wer unterwegs auf ein totes Tier trifft, muss es einen Weg räumen. Siehst du den, wie es hier gibt. Musik Mittlerweile habe ich über 1'000 km auf dem Zähler und langsam wird es dunkel. Die einzige Siedlung weit und breit ist William Creek. Ein Pub, ein Motel, eine Tankstelle und ein paar Blechhitten. Einwohnerzahl 5. Ja. Hello. Good evening. Wer ist denn so berühmt, dass ihr mit der Kamera kommt? Ich etwa? Adriana von der Tankstelle hat für uns hier angerufen und Zimmer reserviert. Mich hat sie nicht angerufen. Aber das kriegen wir schon hin. Hi. Rose. Rose. Und dir geniesst das Feierabendbier. Easy. Ja. War es streng heute? Nein, nicht wirklich. Hi. Hallo, wie geht's? Adriana hat dich angerufen und Zimmer reserviert. Mich? Keine Ahnung, wen sie angerufen hat, aber sie sollte Zimmer für uns reservieren. Und auf welchen Namen? Weiss nicht. Die Jungs aus der Schweiz? Ich habe keine Reservation. Aber ich habe freie Zimmer. Für eine Nacht? Ja, nur eine Nacht. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mich nicht verbringte. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich mich nicht verbringte. Ich bin in der Anlage. Aber sofort. Schleifern. Oh! Oh Gott! Am anderen Morgen mache ich Bekanntschaft mit dem zahmen Dingo Bert und seinem Besitzer Trevor Wright. Ein sympathischer Typ, knurrig und unterhaltsam. Ihm gehört nicht nur das Pub und das Containermotel, das ich übernachte, ihm gehört das ganze Dorf. Ich bin der Sekretär, der Gemeinderat, der Feuerwehrkommandant, bin zuständig für die Stromversorgung und das Wasser. Ich mache alles vom Chef bis zum Hilfsarbeiter. Und wenn nötig helfe ich in der Küche und putze die Hotelzimmer. Man muss wirklich vielseitig sein. Ich sitze nicht einfach im Büro hinter meinem Computer und habe nach acht Stunden Feierabend. Ich bin sieben Tage die Woche, 24 Stunden im Einsatz. So ein Dorf ist wirklich ein harter Job. Ich habe oft gelesen, Australien sei das Lucky Country, der glückliche Kontinent. Einverstanden? Ich finde, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir so viel Platz haben, alle dieselbe Sprache sprechen und alle die gleichen Chancen im Leben haben. Wir haben einen Gemeinschaftssinn und helfen einander. Im Outback ist dieser Gemeinschaftssinn besonders ausgeprägt. Nur wenn wir einander helfen, können wir hier draussen überleben. Genauso originell wie Trevor ist auch ein Schisspapp. Hunderte von Touristen haben sich hier verewigt, darunter auch ein paar Schweizer. Diese Chance haben wir uns natürlich auch nicht gelassen. Und was sagst du? Gleich und ein Flugzeug, einen besseren Art, kannst du nicht finden. Das ist ja richtig Werbung für das Schweizer Fernsehen. Trevor zeigt mir, sie ist reich. Natürlich im Auto. Ohne Klimaanlage hältst du die Mittagshitze fast nicht aus. Vor ein paar Jahren hat er als Erstes das Pub gekauft. Dann kam ein Gebäude nach dem anderen dazu, meistens spott billig, bis er schlussendlich im Besitz des ganzen Dorfes war. Ich sage dir, hier draussen zu leben prägt den Charakter. We're going to come inside and ... Yeah, we keep rolling a little bit. Yeah. Ich fahre einfach da hoch. In der Wellblechhütte da drüben steht unser Generator, der das ganze Dorf versorgt. Okay. Geradeaus? Ich zeige dir, wo ich lebe. Das ist das einzige Stück Rasen im ganzen Dorf. Und das ist mein Schloss mit Swimmingpool. Oh, yeah. Wie ist es denn, alleine hier draussen zu leben? Du bist nie wirklich alleine hier draussen. Ich bin ständig beschäftigt mit dem Hotel, mit all den Unterhaltsarbeiten im Dorf. Gut, du hast ja viele Leute, mit denen du plaudern kannst, aber ein richtig persönliches Gespräch gibt es da doch nicht. Nein, weisst du, hier draussen musst du wirklich selbstständig leben können. Wenn du das nicht kannst, hältst du es nicht aus. Im Outback musst du wirklich hart im Nehmen sein. Wenn nicht, treibt dich die Wildnis und den Wahnsinn. Die Hitze, die Fliegen, der Dreck. Sogar ein Dorfmuseum hat den Travers zu bieten. Ein Sammelsurium von Altmetall, Raketen und Flugzeugteilen, das er im Outback gefunden hat. Ganz in der Nähe hat es nämlich ein Dashgelände für Raketen. 720? Ah, 720. Der 58-Jährige strotzt vor Energie. Mich nimmt Wunder, was ist seine Motivation, jeden Morgen aufzustehen und sich wieder an die Arbeit zu machen? Du meinst, abgesehen von den Telefonanrufen, bewegt deinen Arsch aus dem Bett und macht dich an die Arbeit? Nein, im Ernst. Wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme und motiviert bin für den Tag, bleibt alles liegen. Das ganze System würde in kürzester Zeit zusammenbrechen. Ich denke, eine wichtige Herausforderung ist das Bewusstsein, wo wir uns hier befinden. Das ist eine Motivation, die mich antreibt. Du siehst, was du erreicht hast, was du für die kommenden Generationen geschaffen hast. Das ist mir wichtig. Du kannst also gar nie Pause machen? Das wäre leicht. Ich müsste nur den Schlüssel drehen und den Generator abschalten. Ob ich das will oder nicht, hängt davon ab, wie streng der letzte Abend im Pub war, wie erschöpft ich bin. Schau, es geht uns doch allen gleich. Es gibt die Tage, an denen du motiviert aus dem Bett schiisst. Und es gibt die Tage, an denen du alles etwas ruhiger angehen musst. Das Wichtigste, du brauchst ein Ziel im Leben, eine Vision, die du verwirklichen kannst. Dann wirst du belohnt. Ich hoffe, dass wir die Outcomes und die Outcomes are in what you actually achieve. Hopefully we'll see you back. We'll see you next time and have a great trip. Bye-bye. Trevor betreibt zu allem dazu noch einen Flugplatz. Auf dem treffe ich die junge Frau, die mich am Vorabend im Pub bedient hat. Sie heisst Talia Shepard und erzählt mir, sie sei die Chefpilotin der Lokal-Airline. Talia macht Business mit Touristenflick ins Outback. Und dann geht's. Sie verschieft die Luft. Die Autobahn am Ende des Flughauses und annimmt die Buschwerden in die Treppe. Auf dem kleinen Flughafen. Eine Pilotin, die nebenbei an einer Reception arbeitet. Da müssen wir aber ziemlich vielseitig und flexibel sein. Ja, so ist es. Du musst wirklich vielseitig sein. Du musst eine gute Mechanikerin sein, musst gut mit Menschen umgehen können. Es gibt viele Touristen, die hier vorbeikommen. An der Rezeption? Genau. Kochst du auch? Ja, klar. Wirklich? Ja. Das ist schon okay so. Wir machen alle alles. Langweilig wird es bestimmt nie. Talia erzählt mir ihre Freundin sich in den Oipilot. Sie sehen einander nur selten. Zusammen sind sie eigentlich nur in gemeinsamen Ferien. In Australien sieht sie in ihrem Berufsalltag genüge. In den Ferien wollen sie den Rest der Welt entdecken. Weißt du schon einmal in der Schweiz? Ja, ich habe ein Jahr lang in der Schweiz gelebt. Nein, wirklich? Wo? Ich bin in Wohlen zur Schule gegangen und habe an drei unterschiedlichen Orten gelebt. In einem kleinen Dorf namens Betvil, in Mouri und in Cham. Mouri? Mouri? Ja, ich habe ein Austauschjahr gemacht, nachdem ich die Schule in Australien abgeschlossen hatte. Und ich habe in der Schweiz Fussball gespielt. Der Frauenfussball ist in der Schweiz auf einem unglaublich hohen Niveau. Ich habe viel gelernt. Du hast Fussball gespielt? Ja, wir wollen. Dann trägst du sicher weisse Socken wie alle Aargauer. You have white socks? Nein, ich habe wieder auf schwarze Socken umgestellt. Okay, bis später. Bye-bye. No worries. Die Talia macht mir ein Sagi-Bot. Wenn ich will, fliege ich in mir zu meinem nächsten Ziel. Mein Kamerateam ist begeistert. Ich weniger. Great. Ja, so ein kleines, pitziges Schmürf. Ich bin schon steigend nach hinten geflogen, aber es ist jetzt bald 20 Jahre her, als ich zuletzt geflogen bin. There you go. That's it. Thank you. Are you ready to go to the South Fusion? Are you ready to go to the South Fusion? Yeah, of course. Okay, thanks. All right, so all the way down. Perfect. Bist du startklar? Ja, of course. Very good. Die Talia meint, der Blick von Hiobina ist das australische Glick. Es gibt nichts Schöneres. Wir fliegen über the Lake Eyre, ein riesiges Altsee. Hier unten ist die Clayton Station. Eine Farm, fast so gross wie der Kanton Tessin. Mit einer eigenen Landepiste. So mehr rum, dann����rrr undpisher. Der Clayton Oldfield und sein Vater Shane sind die Besitzer dieser Form. Hello. Zwei richtige Outback-Büben, harte Schalen, weiche Karnen. Du bist der Sohn, Clayton. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Sven. Wie geht's? Gut, danke. Und wie ist das Leben auf der Clayton-Farm? Kann mich nicht beklagen. Das ist mein Vater, Shane. Freut mich. Wie geht's? Gut. Und wie sieht's aus, trocken und heiss? Dry and hot. Es ist heiss und es ist trocken, das stimmt. Und viel Arbeit. Allerdings. Wir müssen die Wasserlöcher fürs Vieh füllen. Und die Zäune müssen repariert werden. Okay. Klingt gut. So habt ihr also Arbeit für mich? Keine Sorge, wir finden schon was für dich. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Mein bewegender Arbeitstag auf der Clayton Station Erlebt ihr in der nächsten Folge. An der Südküste im Surfer-Mekka suche ich nach der perfekten Welle. In der Millionenstadt Melbourne treffe ich eine exzentrische Künstlerin. Für dich ist das Glück ein zerbrechliches Gut. Und ich wage mich auch in der nächsten Folge wieder auf Abwägen. Denn das Glück liegt ja bekanntlich nicht am Strassenrand. 2.378 Kilometer Australien mit Klobetrotter. Der Spezialist für morsgeschneiderte Reise waldweit. Und ich wage mich auch in der nächsten Folge wieder auf Abwägen. Glowbetrotter. 1.1 1